Ah, Andreas Ellermann, ein alter Bekannter aus der Presse. Nein, er ist ja wirklich sehr oft in der Presse und hat jetzt, wie gesagt, wurde mit einer unbekannten Blondinen gesichtet, nicht Blondinen, wenn er mehrere, er hatte ja noch Blanko, nach Blanko hatte er noch irgendwie eine Blondine und jetzt hat er wieder eine Blondine. Also muss man erst mal erzählen können, Herr Ellermann. Mensch, also ja, gut, wenn das so ist, wenn sie eine Blondine haben können, ich könnte hunderte haben, aber okay, so ist es nun mal. Sie heißt Ilka, die Gute an der Seite jetzt von Andreas Ellermann und sie wich nicht von seiner Seite, als es dann ins Pulverfass ging auf der Reeperbahn und auch an die HSV-Loge. Ja, Herr Ellermann ist nämlich, soweit ich das mitbekommen habe, großer HSV-Fan und sitzt immer in der, ja, ich weiß nicht, wie teuer die ist, also einige hundert, einige tausend in der Loge, in der VIP-Loge vom HSV. Da sitzen dann die, die halt, ja, ein bisschen mehr für die Karte zahlen, die prominent sind teilweise, oder ein Herr Ellermann. So, will ich das jetzt mal ausklammern, ne? Ausklamüstern. Erst war Ellermann mit Blanco zusammen. Das hat nicht gepasst. Blanco und Ellermann haben sich gezofft, auch in der Presse. Ellermann ist ins Hotel gegangen, das ist die Story. Und Blanco lebte dann noch eine Zeit lang in seiner Villa, die er dann mit Nadel dort rausholte, rausschmiss sozusagen, und ihr eine Wohnung irgendwo anders besorgte. Das war Patricia Blanco. Dann hat Ellermann mit Nadel auf dem Schlagermove gesungen, vor 400.000 Leuten, das ist natürlich auch schön. Ja, gut, Songs sind Schlager, ist logisch, was sollte Ellermann auch mit Nadel singen? Die beiden wollten nach Mallorca, das hat nicht ganz geklappt. Das war zu großer Stress für Nadel. Und Nadel hat ihn aber auch unterstützt bei der Suche, oder beziehungsweise nicht Suche einer neuen Frau, sondern auch geholfen, dass Patricia aus der Villa kam. So, das ist das, was ich jetzt mitbekommen habe. Was habt ihr mitbekommen? Habt ihr vielleicht noch mehr mitbekommen? Seid ihr vielleicht Käufer der Villa geworden, die dann doch nicht verkauft wurde, obwohl es ja sehr viele Interessenten gab, weil Ellermann wollte seine Villa, sein Anwesen dann in der Nähe von Hamburg verkaufen für eine Million. Oder 1,5 Millionen, keine Ahnung was. Ja, drin finde ich das Haus auch, finde ich ganz gut. Die Einrichtung, naja, darüber könnte man streiten, aber ist eine andere Sache, ist Geschmackssache. Ellermann lebte dann zeitlang natürlich im Hotel, war dort an der Bar und lernte dann über den Schlagermove eine andere Blondine kennen, die dann auch auf Instagram mit Ellermann sich hin und her schrieb, beziehungsweise da entstand so ein kleiner Rosenkrieg, obwohl sie noch nicht verheiratet war, etc. Das war also eine kurze Liaison mit Ellermann und der Blondine aus Hessen. Hessen? Keine Ahnung, woher sie kam. So, und jetzt hat Ellermann eine neue Frau an seiner Seite, eine Ilka, und sie kommt ursprünglich aus Dänemark und wird dann mit Ellermann wahrscheinlich auch Dänisch sprechen. Ja, in Schweden heißt es übrigens das Hallo Hey. Hey, hey. Und von daher, ja, das ist jetzt die Story zu Ellermann. Mehr kann ich darüber nicht berichten, aber das Video hat schon drei Minuten. Jetzt machen wir einen Cut. Jetzt machen wir einen Cut.